Vor 30 Jahren hat Vectors Verrat und Aggression zum Tod von mehr als einer Milliarde Helgast geführt. Wir wissen nicht, wie schlimm das für uns ist, hier leben zu müssen mit denen, die unsere Heimat zerstört haben. Ich werde ihnen nichts tun. Ich will es beenden und keinen neuen Krieg. Das macht Visari nur, weil sie denkt, dass sie keine Wahl hat. Bei einem Angriff gibt sie nicht nach. Sie kämpft für ihr Volk, für ihre Heimat. Das ist alles, was wir haben. Hey, halt! Halt! Wir leben auch hier! Auch wir müssen das Recht haben, uns gegen fremde Aggressoren zu verteidigen. Und das bedeutet, mit allen nötigen Mitteln. Spätestens seitdem wissen wir es sicher. Die Helgast wollen uns alle vernichten. Nur eine Mauer trennt uns von dem Bösen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Sie werden wieder angreifen. Das... Das ist es also. Ich wollte das hier zerstören. Sie lügen doch. Sie wollten es vertuschen. Euer Glaube... ...hat euch verraten. Er hat euch in die Irre geleitet. Allein. Und ohne Glauben. Das ist weg da. Unser Zuhause. Das wird es immer sein. Vergiss das niemals. Das ist so dizer. Das ist wahr. Ich würde es nicht so d Полen. Ich würde es nicht so dussy sein. Ich würde es nicht so dussy sein. Dass ich das nicht so düsse. Das ist ein Päscher.